Moin moin, liebe Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Heute hauen wir Messi kaputt. Der alte Sack wird bei Argentinien heute komplett zerschossen durch Reus, Özil, Otaldo, Kroos und Phil Blahm. So, soviel dazu. Und Argentinien soll heute in der Allianz Arena bezwungen werden. Und ja, nochmal gucken, ob ich das hinkriege heute. Mit meinen Kameraden schön zusammenzuspielen. Higuain, oh, da sind die alle, die ganzen Hochkaräter. Ah, wir haben ja auch ein paar Hochkaräter in der Mannschaft. Ich sag nur, äh, 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 Özil. Und, äh, äh, zum Beispiel, äh, Otaldo, der nicht passen kann. Und, äh, 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 auf jeden Fall Manuel Neuer. Ja, 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 der auf jeden Fall. Ja, ja. Und, äh, wenn wir schon dabei sind, hier, äh, Mario Gomez, ne? Ja, und hier Marco Reus, auf jeden Fall. Definitiv, ja. Also, man sieht, das ganze Team ist praktisch ein super Verein. Ja, Romero hat den Ball da locker. Ich mach da nur ein kleines Schüsschen. So. Ah, abgewehrt. Oh, er ist trotzdem drin. Ich werd bekloppt. Schau dir das doch mal an. Abgefälscht vom Verteidiger. Ich weiß gar nicht, wer es war. Und dann so fatal abgefälscht, dass der, äh, Keeper da im Zeitlupentempo hinfallen muss. Erstmal schlechter Abwurf vom Keeper. Dann super Zusammenspiel von unseren Jungs. Da kommt der Pass von Özil, glaub ich. Und dann, bam, abgewehrt und... Drinne. Danke, Özil. Wumms. An die Brust geschossen von der Nummer 13. Ja, also, sauber. Der wär aber eigentlich haltbar gewesen. Äh. Und er hat sich reingedreht. Perfekt. Eigentlich wär, wenn er gerade geflogen wär, eigentlich im Aus gewesen, aber super, wie wir das gemacht haben. Mit diesem tollen Schuss, äh, schön, äh, reingedreht. Der hat auf jeden Fall ordentlich Spin gehabt. Oder FH. So. Jetzt müssen wir natürlich aufpassen, dass uns Messi da nicht und Higuain und wie sie alle heißen, da fertig machen. Jo. Özil kommt da nicht an. Cambiasso. Der ist auch Argentinier. Ich hätte gedacht, Cambiasso wäre Italiener. Da hab ich mich wohl ein bisschen geirrt. Irgendwie kam, dachte ich, hatte ich da so das Gefühl, der wäre Italiener. Hm. Weiß ich nicht, wieso ich darauf komme, aber, ja. Okay, auf jeden Fall. 1-0. Zanetti. Die Maria. Och, Zanetti, da hätte ich auch gedacht, dass sie Italiener ist. Vielleicht spielen sie ja in der Serie A. Ich weiß das gerade nicht. Love it see. Huiuiuiuiuiuiui. Okay. Schon mal, äh, ein gutes Spiel bisher. Samuiuiuiui. Schade, da hat Romero gut aufgepasst und ich dachte, ich könnte ihn vielleicht noch abstauben Ja, so geht das Auf jeden Fall Argentinien hier verputzt Verputzt Nach 20 Minuten, das ist schon mal eine klare Aussage, was wir heute spielen wollen Und jetzt kommt Messi und schießt das Ding gleich, wa? Ne, 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 wir haben Manuel Neuer Und unsere Jungs fühlten sich bedroht, weil sie da gemeinsam standen hinten Higuain Ja, gut, wunderbar Kreuz, Achtung Ja, da haben wir nichts gesehen, hau weg die Hau weg den Mist Oder wie Werner sagen würde, hau weg die Ach, ist egal So, Higuain, aufpassen Higuain Ach, gut Ich wollte ihn eigentlich retten und dann Ich weiß nicht, wer es war, Badstuba oder so Wer hat natürlich mit drauf Na, kommt der Pass noch? Oh, zu weit Der sollte eigentlich ganz kurz kommen Ganz kurz auf meinen Vordermann da hier, der Direkt bei mir stand Das war nötig, aber hier Higuain jetzt am Ball Jetzt wird er auch gelegt Lavecci, sehr schön Da muss ich meine lispische Stimme schon rausholen Deine Spinner Lugas Brodsky Ich wurde gefragt, ob ich nicht bei Nürnberg spielen will Ich weiß nicht, ob ich dann nachher gleich komplett durchdrehe bei Nürnberg Bium, der ging durch Wuhu Marco Reus zum 2 zu 0 Bei Nürnberg weiß ich nicht so genau Also natürlich könnte man das theoretisch machen Aber dann wären wir wieder in der Bundesliga Und so langsam sind die Bundesligaspiele Die gleichen Also wir treffen immer und immer wieder auf Die Bundesligisten Da würde ich fast schon eher zu sagen Dass wir mal was Neues probieren Vorschlag war doch zum Beispiel Inter oder Sevilla Da wären wir entweder Serie A oder Liga BBVA Glaube ich Ja, also einer von uns beiden Hallo, was soll das? Rams Und weiter geht's Ich hab Schon lange versucht zurückzulaufen Da bin ich einfach durch Sehr gut 2 zu 1 Das ist Spitze Ein Spitzenspiel Messi Wird gleich umgenietet Der hat kein Platz An der Sonne Sehr schön Schweini 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 Lauf Go 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 Was? Das war ein ganz normaler Pass Ja, der Schied tritt Automaten auf den Augen Ja, das Roch Nach aufgestützt LaVetzi 2 zu 1 Manuel Neu Keine Chance Das müssen wir uns nochmal ansehen Die Verteidigung passt ja nicht auf Da kommt der Pass Ich versuche mir eigentlich auch hinterher zu kommen Schön gespielt Und dann Schwache Leistung von Neuer Also natürlich Äh Der war jetzt nicht so unhaltbar wie Mein krasser Schuss Hallo Also Besser ging's ja wohl gar nicht So ein Hammerschuss Den ich da rausgehauen habe Also Best Shot ever Nein Ah Okay 2 zu 1 steht jetzt immer noch Ähm Gucken wir mal Starten wir die zweite Halbzeit Und jetzt setzen wir noch da 1, 2 Tore drauf In der Regel ist es ja so Dass ich in der ersten Halbzeit Die Tore mache Und dann in der zweiten Also wenn ich sie mache Ne Und dann in der zweiten Halbzeit Einknicke Sehr schön Ja Jo Sofort ran Und geschossen Schade Hätte vielleicht noch ein bisschen Platz gehabt So Dann probieren wir wieder die Ball abzuholen Ja Ja Da probiert es durch die Mitte durch Der Ötzel Oh Mist Das war Ja Schon Ein ganzer Schritt So So 20 Zentimeter Oder so Ja Ach Komm Schiri Der tut doch nur so Der tut doch nur so Schön gefangen Äh Ich bin irgendwie gar nicht hochgesprungen Weiß auch nicht warum Das war gar nicht mal so gut Ich laufe hier nur hin und her Messi Keine Chance der Jung So schlecht ist der dann sonst auch nicht Schön Özil Ich liege da noch Ne Runde Habe ich nochmal Ein bisschen entspannt Aber ich konnte Samuel Samuel Oder Samuel Wie auch immer er heißt Samuel L. Jackson Den Ball nicht abnehmen Sehr schön Nein 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 Ach das gibt es doch nicht Was ist denn mit Reus da los Wieso kann er den Ball denn da nicht an den vorbeibringen Die Grain muss jetzt aufgehalten werden Schön Okay 60. Minute steht an Ich bin am Dauersprinten von vorne nach hinten Gut Ui Knappe Kiste Knappe Kiste Marco Reus Heute mit richtig vielen Chancen Äh Extrem viel verwerten Konnte er bisher noch nicht Natürlich Äh Die Folge von mir Die erste hat er natürlich auch gleich verwertet Ja Ja Also der Totalto Ist schon gar nicht mal so schlecht Da wird sie Das ist so ein Name der zum Lispeln einlädt Ne Ui 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 Ich dachte schon der geht jetzt wieder rein Da ein interessantes Bild auf die Hose von Manuel Neuer Die Shorts Und gerade erst drei Minuten später seit ich sagte Boah schon 60 Minuten Ja Ja Also es klappt noch nicht ganz Mit den über 20 Meter Schüssen Da muss ich noch ein bisschen härter für trainieren Roms So Lavetzi Sehr gut Schön Dann setze ich ins Zeug Ja 3 zu 1 Zwei Tore von Notaldo Und eine Vorlage Juhu Schön Also es klappt noch mit den Schüsschen Super verwandelt Schön ins rechte obere Eck Und diesmal ohne Humpeltor Also ohne Ihr wisst schon Abfälschen Da Geklopft Geklopft Gib mir nicht den Ball Und da habe ich Platz Da Hat der Verteidiger zu lange gezögert Ich hatte einfach zu viel Platz Und dann abgezogen Und der war richtig schwer zu halten Also Glaube nicht Also das wäre schon ein realistisches Tor Zumal er ein Wenig die Sicht Nicht hatte Durch Ja dadurch dass der Verteidiger noch davor stand Also er wurde behindert In seiner Sicht Und jetzt bin ich Verteidiger Ich laufe nicht mehr viel Das ist echt komisch In der deutschen Nationalmannschaft Werde ich vom Torjäger Zum Verteidiger immer Ich soll hier hinten aufpassen Das ist mein Mann Messi jetzt Nein Was ist denn hier los Das kommt mir vor wie bei den Superkickers Wo die ganze Mannschaft nur noch da ist Um den Ball abzuwehren Nein Nein da habe ich nicht aufgepassen Jetzt ist da hinten eine Lücke Oder auch nicht Ja sehr gut Super gesehen Freunde Super Da konnte er nicht viel machen Er hätte noch umschauen können Aber ich stand auch nicht perfekt Jetzt hier über rechts Oder links außen Probieren sie es Ich bin ja hier Also aus deren Sicht links Ich bin ja hier der linke Verteidiger gerade Könnt ruhig hier unten rumspielen Bisschen Zeitspiel Ja ich finde schade Das haben sie irgendwie rausgenommen Bei PS 2012 Äh 13 Der Trainer sagt mir gar nicht mehr an Was mein Ziel ist Wie ich spielen soll Ups Der ging aber sehr weit Äh das war im Vorgänger eben anders Da ist man Immer wenn was umgestellt wurde Kam so ein Popup So ja der Trainer sagt Hier du müsstest da und da laufen am besten Und hier tralala Das finde ich schade Das fehlt Das war eigentlich eine Gute Erweiterung Also dass man ein bisschen Kommunikation Auch mit dem Trainer hat Oder mit dem Manager Wie noch immer Jetzt hat man nur noch Kombination Mit dem Berater Und das finde ich ein bisschen schlapp Gut aufgepasst hinten Also hier wird wohl nichts mehr anbrennen 3 zu 1 Schön Ja da haben sie es alle probiert Und äh sind gescheitert Es ist halt nicht so einfach Wie der Otaldo hier die Tore macht Das alles so nachzumachen Ah und es war auch nicht so einfach Hier für total den Pass zu spielen So jetzt mal hier über außen Da wollen wir mal hoffen Was war das denn Wieso Da versucht er mit seinem linken Fuß Gerade nochmal loszuschießen Da hätte er eigentlich Platz gehabt Also zwar nicht viel Da hätte er reinziehen können Schräg rein Da wären wahrscheinlich die Verteidiger Gleich auf ihn zugekommen Aber er hätte ein bisschen Platz gehabt Und er hätte nochmal schießen können Und Philipp Lahm wird ausgewechselt Sowas passiert ja auch nicht alle Tage Aber der Junge ist auch nicht mehr der Jüngste Auch wenn er nur so klingt Als er im Stimmenbruch Zack Ecke Sehr gut herausgespielt von Otaldo Denn er möchte das Spiel nochmal spannend machen In der 90. Minute fallen bestimmt nochmal zwei Tore Für Argentinien Nein, diesmal nicht Und nochmal Der Pfosten gehört mir Ich hau sie alle weg Und damit ist es Schluss 3 zu 1 Und ich habe gerade zu viel Stimmenbruch Ja, also erfolgreiche Pässe 87% Bei Besitz 51% Super gespielt Super Und natürlich Otaldo Mit seiner 8,0 Also was will man mehr erwarten Otaldo ist einfach der Beste Und ich habe wieder als Häng der Spitze gespielt Das ist sehr schön Freundschaftsspiel gegen Argentinien Ich frage mich, wann ich denn jetzt bald mal In einer Qualifikation oder so mitmache Ist ja Oh, die EM Die WM 2014 war ja schon Da war ich ja nicht dabei Ähä Du bist heute gesperrt Aber das weißt du sicher schon Nein Nein Nicht gesperrt Ich darf doch nicht Ich weiß Ich Also wenn ich gesperrt bin Dann werde ich nie wieder reinkommen Oh nein Natürlich Gegen Schalke verlieren wir dann 3 zu 1 Und geben unsere Führungsposition ab Ach du meine Güte Bitte lass mich heute spielen Ich muss spielen Ich muss Tore schießen Ja Startformation Super So Das sind wir Und Unser Gegner ist jetzt hier Inter Ne Juve Genau Und Eure Vorschläge waren ja bisher BVB oder Newcastle Oder auch Sevilla Oder halt Inter Ich werde mir darüber mal ein paar Gedanken machen Wo das vielleicht am besten Sinn macht Oder am meisten Sinn macht Da wir vielleicht auch mal ein bisschen Abwechslung reinkriegen wollen Also ich bedanke mich wieder für eure Aufmerksamkeit Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder Macht's gut Tog Das ist derfalls